Hallo Laura! So, das wär auch abgehakt. Und natürlich hallo an alle anderen meiner Gerilogen und willkommen zu Gerritime! Das wird eine kurze, schmerzhafte Folge, also los! Ich bin nächsten Monat in Köln und da könnt ihr mich gerne stalken, dazu seid ihr herzlich eingeladen. Und alle Infos dazu hab ich in ein Video auf meinem Zweitkanal bepackt. Links dazu unten in der Videobeschreibung. So ein Wichser hat mich parodiert, also voll das Arschloch ohne Scheiß, ich hasse den Kerl ohne Ende. Also ich hab euch da den Link zu der Parodie mal in die Videobeschreibung gepackt. Tut mir bitte einen Gefallen, geht da drauf und hatet den einfach zu Tode, ja? Bam! Bummst den einfach! Richtig böscht den Mann! Spaß! Alter Donner hat mich gezeichnet! Und es sieht geil aus! Also guck es dir an! Ich pack dir den Link in die Videobeschreibung. Ist ja nicht so, als würde ich dich dazu zwingen, das anzugucken, ne? Aber, pfff, mhm, wie soll ich's sagen? Wär schon nett! Also guck es dir an! Leute, ist das eigentlich euer Ernst? 617 Abonnenten, 105 Gefällt-mir-Angaben auf Facebook, Instagram, 116 Abonnenten, auf Ask, 82 Gefällt-mir-Angaben. Twitter hab ich mir auch gemacht, da hab ich, glaub ich, 11 Follower, da kriegen wir auch noch mehr hin. Aber Leute, was geht mit euch? Ihr seid richtig, richtig viel! Ich komm darauf nicht klar, das kommt nicht in meine Birne rein! Und ich danke jedem Einzelnen von euch. Ich würde am liebsten 617 Mal Danke sagen. Okay, das versuchen wir jetzt. Das Video war jetzt so unlustig, dass ich euch zum Abschluss noch zeige, wie ich mir die Zähne putze. Achtung, ich singe, also wer keinen Ohrenkrebs bekommen will, der klickt jetzt lieber weg. Ich verabschiede mich schon mal. Bis dahin, bis dann. Haut rein, aber nicht ins Gesicht. Ich hoffe, meine Faust in die Kamera zu halten, weil mir Leute geschrieben haben, dass sie dann ihren PC schlagen. Das ist eure Schuld, ohne Scheiß. Tschüss. Ich bin weg. Mann. Verdammt, was nix zu einem... Ah, Mann! Ja, ohne Frühstück schlechte Laune dabei. Mit etwas Glück hab ich Geld dabei. Mein Magen ist leer. Ich sehne mich sehr nach nem Vorfett trieffendem Döner. Die Soße aufgeleckt. Was laufen alle weg? Ist mein Aussehen der Grund? Nein, du stinkst aus dem Mund. Bin Single, also egal. Nein, Mann, das ist ne Qual. Ist ja schon gut, du Arsch. Was reimt sich denn auf Arsch? Ich schmier die Paste drauf. Mach die Borste nass. Ich polier mir die Fresse. Ich polier mir die Fresse. Komm mir nicht so nah diesem Todesschlund. Ich polier mir die Fresse. Ich polier mir die Fresse. Ich kann nicht singen. Das tut mir so leid. Ich kann nicht singen.